Der ROG 5B möchte ein Konkurrent zum neuen Raspberry Pi 5 sein. Dabei verspricht er nicht nur mehr Leistung, sondern auch sogenannte KI-Funktionen. Was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt mal zusammen in diesem Video an. Wer steckt hinter REXA? Das Unternehmen kennt ihr vielleicht von verschiedenen Erweiterungsboards. Da habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal einen Beitrag dazu gemacht, nämlich zu dem Penta SATA Head. Den kann man auf dem Raspberry Pi oben aufsetzen. Dann hat er eben hier verschiedene SATA-Schnittstellen, sodass man hier mehrere Festplatten am Raspberry Pi betreiben kann, also eine Art NAS. Das Unternehmen hat ja schon einige Hardware in ihrem Portfolio. Die haben schon vor einigen Jahren angefangen, einen Platin-Computer auf Basis von ROG Chip System on a Chip zu entwickeln. Der erste kam schon 2013, also kurz nach Markteinführung vom ersten Raspberry Pi. Wenn man sich die Modelle anschaut, dann wird relativ schnell klar, man hat sich hier den Raspberry Pi als Vorbild genommen. Allerdings möchte das Unternehmen nicht einfach nur Pi 1 zu 1 Klone erstellen, davon gibt es ja schon genug, sondern man versucht ihn, um fehlende Funktionen zu erweitern, die Leuten in der Community fehlen, die man nachrüsten möchte, und ihn dadurch besser zu machen. Als Beispiel besaß schon der erste ROG 8 GB eingebauten Flash-Speicher und hat damit eine Alternative zu den oft kritisierten Micro-SD-Karten, die ja beim Raspberry Pi bis heute Standard sind. Auch Lüfter mit PWM dynamisch stufenlos regeln zu können, war schon damals möglich. Beim Raspberry Pi dauerte es viele Jahre, bis diese Funktion erst kürzlich im neuen Raspberry Pi 5 nachgerüstet wurde. Über die Jahre sind dadurch verschiedene Modelle erschienen, teilweise sogar welche, die noch kleiner sind als der Raspberry Pi bzw. Raspberry Pi Zero selbst. Heute soll es vor allem um den ROG 5B gehen. Darin steckt ein ROG-Chip RK3588 System Honor Chip. Das heißt, er kombiniert mehrere Bauteile, zum Beispiel zwei Prozessoren, einmal vier Kerne vom Cortex-A76. Den kennt ihr wahrscheinlich schon, weil der auch beim Raspberry Pi verbaut ist. Dazu hat er aber nochmal vier weitere Cortex-A55-Kerne, also insgesamt acht Kerne, vier von jedem Prozessor. Das ermöglicht die Big-Little-Architektur von ALM, ein schwächerer Prozessor, der soll bei stromsparenden alltäglichen Aufgaben die Arbeit übernehmen, während der zweite stärkere nur bei Bedarf aktiviert werden muss, wenn man diese Leistung auch wirklich benötigt. Etwas Vergleichbares gibt es bei den x86-Prozessoren ebenfalls. Intel hat das 2021 in ihre damals neuen Generation eingebaut, um Energie zu sparen. Der Raspberry Pi 5 nützt diese neuere Technologie noch nicht, sondern setzt auf den BCM2712. Da steckt zwar der gleiche Cortex-A76 drin, aber eben nur einer ohne zweiten Prozessor. Im CPU-Benchmark erreicht dieser Cortex-A76 zwar schon deutlich mehr als sein Vorgänger, wir haben hier immerhin 2152 Punkte, beim Raspberry Pi 4 waren wir nicht mal im vierstelligen Bereich, also hier hat sich die Leistung mehr als verdoppelt. Doch der ROG-Chip, der hängt in dem Benchmark komplett ab, der schafft hier mehr als das Doppelte. Beim Arbeitsspeicher ist auch deutlich mehr möglich, der Raspberry Pi 5, der ist nur mit 4 und 8 GB erhältlich, das ist die größte Edition, hier kriegt man auch noch 16 und sogar 32 GB verlöteten Arbeitsspeicher. Im ROG-Chip System on a Chip steckt auch ein Grafikprozessor, also eine GPU, der schafft bis zu 8K, was jetzt soweit nicht verwunderlich ist bei der Leistung. Überraschender ist dagegen, hier weiter unten, Dedicated NPU. Die ist vergleichsweise neu und braucht daher an dieser Stelle eine kurze Erklärung. NPUs sind für maschinelles Lernen optimiert, das ist die Technik, die oft dahinter steckt, wenn von KI, das heißt künstlicher Intelligenz, die Rede ist. Intel selbst hat erst vor wenigen Monaten neue Prozessoren mit NPU herausgebracht, die werden unter der Bezeichnung Intel Core Ultra vertrieben. Hier streicht Intel auch das i, das wir jetzt seit etlichen Jahren kennen, also aus i5 wird dann bloß noch Intel Core Ultra 5. In der Praxis sollen solche NPUs zum Beispiel in Videokonferenzen den Hintergrund in Echtzeit verwischen oder auch ersetzen können. Das Ganze soll dann effizienter und auch leistungsstärker funktionieren, weil sie eben auf derartige Mustererkennungen spezialisiert sind. Das wiederum entlastet Prozessor und Grafikprozessor. Der ROG 5B unterstützt dafür verschiedene Frameworks, also verschiedene Plattformen für tiefgehendes Lernen, Deep Learning, zum Beispiel TensorFlow oder PyTorch. Das wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr meinen Beitrag zu Stable Diffusion angeschaut habt, den Open Source Bildgenerator, der unter anderem all diese Bilder hier oben generiert hat. Wenn ihr da mal reinguckt, da wird nämlich zur Generierung, zum Zugriff auf die Grafikkarte auch hier Torch, also PyTorch genutzt und installiert. Bei den Anschlüssen haben wir viermal USB. Das setzt sich aus zweimal USB 3.0 und zweimal USB 2.0 zusammen. Das kennen wir ja von Raspberry Pi schon. Was wir nicht kennen, sind zwei HDMI-Buchsen, hier die 4 und die 5, und zwar hier wirklich vollwertige, normale HDMI-Buchsen, wie ihr sie von eurem x86-PCH kennt. Der Raspberry Pi dagegen hat nur Micro-HDMI. Das funktioniert zwar auch, aber ihr braucht immer einen Adapter, weil kaum ein Monitor direkt per Micro-HDMI angeschlossen werden kann. Das ist selten, weil die mehr Platz verbrauchen. Ebenfalls selten ist ein HDMI-Eingang, den man zum Beispiel verwenden könnte, um irgendwelche Bildsignale mit, in Anführungsstrichen, KI zu analysieren. Die Ethernet-Buchse überträgt Daten mit bis zu zweieinhalb Gigabit pro Sekunde und ist damit deutlich schneller als der noch oft vorherrschende Gigabit-Ethernet-Standard, also mit 1,0 Gigabit pro Sekunde, wie man es zum Beispiel beim Raspberry Pi 5 noch hat. Hier besonders interessant, weil es ja wenig Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Beim x86-PC kann man das ja zur Not mit einer PC-Expresskarte nachrüsten. Hier ist es schwierig, deshalb ist zwar noch viel Hardware mit Gigabit-Ethernet im Einsatz, doch die Preise sinken zunehmend, dass sich das beim nächsten Tausch schon ändern könnte. Beim Speicher hat der ROG 5B ebenfalls mehr zu bieten. Wir haben die Wahl aus eMMC Flash-Speicher. Es kann eine M.2 SSD direkt auf dem Board montiert werden, also ohne weiteres Zubehör, wie zum Beispiel ein Head. Als dritte Möglichkeit kann auch eine MicroSD-Speicherkarte, wie man das von allen Einplatinencomputern her als Standard kennt, hier platziert werden. Oben befindet sich eine weitere M.2-Schnittstelle, aber hier nach dem E-Standard. PoE, also Power over Ethernet, ist mit einem Head möglich. Ein Lüfter kann wie beim Raspberry Pi 5 ebenfalls angeschlossen werden. Manche von euch dürften sich über die 3,5 Zoll Klinkenbuchse für einen analogen Kopfhörer freuen, die ist ja beim Raspberry Pi 5 gestrichen worden. WLAN und Bluetooth sind nicht auf dem Board aufgelötet. Das wird unterstützt, indem man sich entsprechende Erweiterungskarten kaufen kann. Da gibt es hier einen eigenen Artikel mit verschiedenen, die unterscheiden sich durch den WLAN- und Bluetooth-Standard, also ist immer beides auf einer Platine drauf, damit auch durch die Übertragungsrate. Das sind hier ein paar hauseigene von RockPi, aber auch von Intel. Schön finde ich, dass zur Stromversorgung der USB Power Delivery 2.0 Standard genutzt wird. Den hat man entwickelt, um verschiedene, auch stärkere USB-Geräte mit dem gleichen Netzteil versorgen zu können. Der Raspberry Pi 5 hält sich leider nicht so ganz an den Standard und lässt sich daher nur über das offizielle hauseigene Netzteil uneingeschränkt nutzen. Das scheint hier anders zu sein. Da aber einen Platinencomputer Standards wie UEFI, BIOS und Co. fehlen, hat es sich etabliert, dass die Hersteller eine Linux-Distribution für sich selbst, also für einen Platinencomputer anpassen und sie als offizielles Betriebssystem veröffentlichen. Das ist hier genau so, wenn wir hier mal gucken, Operating System Images, da haben wir hier ein Debian Bullseye. Debian Bullseye ist Debian 11, das erschien ursprünglich im August 2021. So wird es derzeit noch mit Updates versorgt. Der Nachfolger Debian 12 ist allerdings schon seit Mitte 23 draußen, also etwa ein Jahr. Wie ihr sehen könnt, gibt es nur das Bullseye-Abbild kein anderes und es ist auch kein Upgrade auf Debian 12 in Sicht. Noch interessanter wird es beim brandneuen ROG 5C, da gucken wir gleich nochmal kurz hin. Sein erstes Abbild, das erschien erst Ende April 2024, hier kann man sehen, Last Month, 23. April, und die setzen immer noch weiterhin auf Debian Bullseye, also Debian 11. Die Nutzer müssen hier also bei einem neuen Gerät mit einem veralteten Betriebssystem leben, obwohl längst ein Upgrade mit neuerer Software verfügbar wäre. Das wirft schon nicht das beste Licht auf dieses Gerät, beziehungsweise auf diesen Hersteller. In der Community sieht es dagegen besser aus. Es gibt nämlich auch freie Distributionen oder eben Entwickler, die das auf eigene Faust portieren, also inoffiziell. Da habt ihr hier eine ziemlich weitreichende Unterstützung. Ein bekanntes Beispiel ist DitePi, das ich euch auch schon vorgestellt habe, weil es viele verschiedene Ein-Platin-Computer unterstützt. Da gibt es einen eigenen Beitrag zu, plus hier auch der Nachtrag, wo sie mit der Version 8.12 dann angefangen haben, den ROG 5 ebenfalls zu unterstützen mit entsprechenden Abbildern. Schaut man hier mal nach dem ROG 5b, dann haben wir hier sogar die Auswahl aus Bookworm, Bullseye oder Trixie. Trixie ist das neue Debian 13, also wiederum der Nachfolger von 12. Es ist derzeit noch in der Testphase, trotzdem haben wir hier eine weitreichende Auswahl, also da kann man mal sehen, was möglich ist. Wenn das eine freie Community-Software schafft, dann sollte das der Hersteller erst recht hinbekommen. Beim ROG 5 müsst ihr genauer hingucken, es gibt nämlich insgesamt sogar drei Modelle davon. Hier in der Doku stehen aber lustigerweise bloß zwei. Hier wird gesagt, es gibt zwei Modelle, einmal Modell A und Modell B. Modell B haben wir uns jetzt gerade umfangreich angeschaut. Der 5a ist kleiner und entspricht eher dem Raspberry Pi-Format. Dadurch hat man hier zum Beispiel auch, wie beim Raspberry Pi, die Micro-HDMI-Buchsen statt eben der großen. Dadurch ist er auch etwas kleiner. Durch diese Unterschiede gibt es auch zweigetrennte Dokumentationen. Man sieht es schon auf den Bildern, da sind im Detail ein paar Sachen anders. Brandneu wurde erst vor wenigen Wochen der ROG 5c vorgestellt. Den gibt es übrigens auch noch als Lite-Variante, um die Verwirrung perfekt zu machen. Bei der Lite-Variante hat man hier die 4a76-Kortex-Kerne reduziert, also halbiert auf nur zwei. Dafür sind WLAN und Bluetooth fest verbaut, wie beim Raspberry Pi. Um die Verwirrung perfekt zu machen, gibt es vom ROG 5b natürlich noch eine Blue-Edition, ist ja klar. Die kann man auch hier in Deutschland derzeit noch schwer kaufen. Nur bei ausländischen Shops hier zum Beispiel, die kommen aus Japan. Das heißt, da hat man dann das Ganze mit Import, Zoll und so weiter. Dort gibt es ihn für 75,95 Euro, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her durchaus interessant, vor allem da die Hardware ja an manchen Stellen mehr zu bieten hat, wie der Raspberry Pi 5. Wenn man hier bestellt, wird es aber in Summe durch Versandkosten und zusätzliche Einfuhrabgaben wohl noch mal deutlich teurer. Damit kommen wir preislich schnell in Dimensionen, in denen x86-Mini-PCs ziemlich interessant werden. Zumal die x86-Architektur dort mehr Freiheiten gewährt. Wir sind nicht so sehr vom Hersteller abhängig, weil wir universell jedes x86-Betriebssystem installieren können. Der Hersteller muss die Images nicht anpassen. Das ist halt so ein Risiko. Das sehe ich vor allem bei den größeren Editionen. Wenn man hier 132 oder sogar über 200 Euro für so ein System mit viel Arbeitsspeicher ausgibt, dann soll das ja auch einige Jahre funktionieren. Da, wenn man jetzt schon sieht, die Software wird nicht so wirklich zeitnah gepflegt, sind das schon mal schlechte Zeichen. Mit so einem x86-System wiederum kann man sich einfach von der Debian-Homepage die aktuellste Version herunterladen und direkt installieren, ohne Abhängigkeit vom Hersteller. Genauso wie jedes andere Betriebssystem, Ubuntu oder zur Not sogar ein Windows. Zumindest für die größeren Modelle stelle ich daher grundsätzlich in Frage, ob man da wirklich so einen Ein-Platin-Computer kaufen möchte, den man auch nicht wirklich erweitern kann. Der RAM ist zum Beispiel aufgelötet. Das kann x86 besser. Was denkst du zum ROG 5B bzw. der ROG 5 Serie? Schreib es gerne zu uns auf Julepsteens-Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.